Hey, hoi, schön, bist du mit dabei? Ich habe heute mal kein Video dabei, sondern einen Blog. Genauer gesagt, ein Blog von Hugo Stamm. Ich weiss nicht, ob du ihn kennst. Er schreibt schon seit Jahren, zuerst auf Tagi und jetzt auf Wazn, über Sekten, über Religionen, über spirituelle Bewegungen. Er nennt sich Sektenexpert und der Mann ist auf jeden Fall schon ganz lange im Geschäft. Das heisst, er hat eine sehr pointierte Meinung auf Religionen, aber, wenn man mich fragt, nicht sehr differenzierte. Und da regt mich wirklich schon lange auf. Ich lese den Blog nicht so oft, aber immer, wenn ich ihn lese, kommt mir wirklich der Blutdruck ein wenig in die Höhe. Und ich möchte euch heute mal zeigen, was das an den Blogs, die er manchmal schreibt, wirklich nicht so etwas dahinter ist.